Gemeinsam machen wir das Ziel Free Playoffs. Jetzt ist es nur noch einen Punkt entfernt, die direkt den Einzug ins Viertelfinale klar zu machen. Und diesen Punkt, den holen wir uns heute gemeinsam. Hier ist die Mannschaft, die dafür alles geben wird. Hier ist die Mannschaft, hier ist die für Sinova, IG! Hier ist die Mannschaft, die für Sinova, Wir sind der Manager, 50 Jahre lang ehrenamtliche Mitarbeiter für die WG, wir sagen vielen, vielen Dank an Jörg Oster. Bis zum letzten reicht es ja auch das Kuppi-Training bei den meisten. So, damit kommen wir zu Didi und Doro Mausäum. Ich glaube, jeder DEG-Fan kennt die beiden, denn seit rund 25 Jahren sind sie als Fanordner für die DEG tätig. Zuletzt haben sie die Einsatzleitung übernommen und zusammen kommen sie so auf fast fünf Jahrzehnte ehrenamtliche Tätigkeit bei der DEG. Vielen, vielen Dank an Didi und Doro Mausäum. Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi-Kuppi Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.